Ich bin heute das erste Mal da. Warum? Was erwarten Sie sich? Ja, einfach das Interesse, wie, es heißt ja immer, in der Hochphase, da sind auf solche Veranstaltungen, sind immer gekrammelt voll. Und jetzt interessiert mich erstens das einmal und so, was der Börsenbuchverlag alles zu bieten hat. Man findet ja lauter Gleichinteressierte vor und da kann man oft sehr interessante Gespräche führen, wo man einen Einblick gibt, erstens über den Verlag und zweitens über, in was man investiert, in Firmen und welche, ja, das wäre es ja. Ich bin seit 1990 an der Börse. Ich habe alles mitgemacht, was man mitmachen kann. Höhen, tiefen Crashs, auch persönlich im Depot. Und mittlerweile fahre ich verschiedene Strategien. Ich habe ein ganz konservatives Depot bei der Bank. Da habe ich lauter konservative Titel drin. Ich habe ein reines Optionsschein-Depot bei einem Online-Bronker und habe nochmal so ein Gemisch-Depot bei einem Online-Bronker. Also ich habe drei Depots. Mittlerweile bin ich sehr ruhig geworden, auch wenn solche Situationen sind wie jetzt. Gute Werte erholen sich immer und da kann ich bloß im Börsenbuch beipflichten. Das habe ich gelernt, wenn wir in der ganzen Zeit, jetzt die letzten 25 Jahre, braucht man keine Angst nicht haben. Wir gehen nicht verloren, auch Optionssteine nicht, wenn sie Langläufer sind. Vielen Dank. Vielen Dank.